12.44 Uhr im Treffpunkt Franken auf Bayern 1 in Taipei, das ist die Hauptstadt von Taiwan. In Taipei beginnt in einigen Tagen eine internationale Buchmesse. Schön, werden Sie sagen, aber was hat das eigentlich mit Franken zu tun? Eine ganze Menge, denn immerhin zeigt dort in Taipei der Nürnberg lebende Guido Häfner den Chinesen, wie alte Druckkunst mit einer historischen Presse funktioniert. Dirk Kruse hat Guido Häfner vor seiner Abreise nach Taiwan in seiner Werkstatt besucht. Die Druckerpresse von Guido Häfner ist gut 350 Kilogramm schwer. Der Künstler steht an der Maschine und färbt gerade seinen Linol-Druckstock mit Druckerschwärze ein, einem Gemisch aus Ruß und Leinöl. So, dann schauen wir jetzt einmal ein wenig Farb auf, weil wir schauen müssen, dass wir möglichst gleichmäßig auf dem Linol-Schnitt auftragen. So, jetzt legen wir halt einmal das Papier auf, auf dem Druckstock und dann müssen wir schauen. Nachdem die schwere Walze der Handpresse über das Papier mit dem Druckstock gerollt wurde, ist der Druck fertig. Es ist das offizielle Plakat der vier Länder Deutschland, Frankreich, Griechenland und Polen für die internationale Buchmesse in Taipei mit englischen und taiwanesischen Schriftzeichen und einem Motiv, das Guido Häfner selbst geschnitten hat. Also für Deutschland haben wir jetzt Schloss Neuschwanstein gewählt, für Frankreich den Eiffelturm, für Griechenland die Akropolis. Das einzige Problem war ein bisschen für Polen und dann haben wir halt eine Kirche aus Krakau rausgezerrt, weil es ja das Landeskatolizismus ist. Genau dieses Plakat und noch einige andere Linol-Schnitte wird Guido Häfner auf der Buchmesse in Taipei fürs und mit dem Publikum drucken, weil die Taiwanesen alte Druckkunst gar nicht mehr kennen. Eine andere Druckmaschine ist vor zwei Monaten schon verschifft worden. Heute reist Guido Häfner mit seinen Linol-Druckstöcken im Handgepäck per Flugzeug nach. Oft soll er die Drucke, die vor Ort entstehen, nicht nur signieren, sondern auch noch jemandem widmen, was gar nicht so einfach ist. Dann sagen sie, ja, ich soll für die Freundin schreiben. Dann sage ich, wie heißt denn die Freundin? Dann sagen sie, ja, sie wissen nicht, wie sie es nennen sollen. Also chinesisch schon, aber das nützt ja mir nichts, weil sie es nicht schreiben kann. Und dann sagen sie, ja, ich habe doch ein Foto hier von einer Freundin. Wie sieht denn die aus? Dann denken wir, Gottes Willen, das kannst du jetzt nicht machen. Du kannst mir jetzt den Namen vergeben. Einfach so. Und dann sagen sie, doch, wie sieht sie aus? Und das war halt eine, die hat ein richtig schönes, rundes Gesicht gehabt und hat auch gestrahlt. Dann habe ich gesagt, Sonja. Heuer ist Guido Häfners fünfte Buchmesse in Taipei. Der Kontakt kam vor Jahren durch Zufall auf der Frankfurter Buchmesse zustande. Er hatte dort zusammen mit seinem Bruder einen Stand des Gemeinsamen Ich-Verlags und entdeckte am letzten Messetag Werbung von der Internationalen Buchmesse in Taipei. Da bekam Hefner die spontane Idee, sich dort mit einer historischen Druckerpresse zu präsentieren. Auf die Schnelle ließ sich noch der Kontakt zum taiwanesischen Buchmessedirektor herstellen. Der hat mich halt kurz unten vorgestellt und dann war ich allein mit ihm dort gestanden. Ich mit meinem Bröckerl aus Englisch, er mit seinem Bröckerl aus Englisch, weil ich habe ja nicht Chinesisch gekönnt, er hat kein Deutsch gekönnt. Aber wir sind uns sehr schnell einig geworden und er hat gesagt, ich soll halt kommen. Dann im Januar drauf nach Taiwan, weil es ist schön und gut, was wir machen, weil es was anderes mehr ist. Zillberwolken tragen, Träume zu mir, die sagen...